Aha. Und jetzt sind wir mal bei einem Fahrzeugladen da rein, wo du dich konzentrieren kannst, wo du dich auch in deinem Leben, ich sag mal, geistig beschäftigen musst. Wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Ach so, ihr Fahrzeugladen. Ja, natürlich. Ganz gut davon. Na, wie viel. Elektronik spielt in dem Fahrzeugladen eigentlich nicht mehr. Also das ist wirklich so. Ja, klar. Wir haben hier vier Service drin für 13 Euro. Das ist ja ... Halb-Service für 90 Cent. Das ist ja der nächste Punkt. Ja, Trunks steht bei mir auf der Liste ... Ich weiß schon. Ich glaube in Sendung irgendwoher, also von hier auf die Dinge. Ja, nein, das ist bei uns eben, ich weiß nicht, nicht relevant. Aber das ... Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, klar. Der Traxas schießt ... Ich sag mal, der Hotline vom Traxas. Er hat in so einem Rücken, in so vielen Leuten gemacht. Ja. 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 Es gibt hier und es gibt immer Rotshead-Drucke mit 25 Leuten, die einen lieb Traxas gedacht haben. Es gibt noch mal eine Fungwald-Drucke. Nur Traxas-Fahrer für Luftfahrzeuge. Ja. Ja.